Jo, und dann würde ich fast sagen, wenn ich fast schon mal schluss bin, dann passt es. Die Operatursche, die Frische Prise schadet auch nicht. Jetzt siehst du das, weil ich dann spiniere mit dem Bock auf, probiert, hat noch Wasser, danke. Die Frage ist, passt der Laptop an den 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 Laptop an? Ich bin ja mal gespannt, ob ich da heute Abend eine Darule zugetragen bin. 6,85 der Absuch der FD 6,93. Ja, ich bin ja.